Herzlich willkommen zu unserem heutigen Rechtstipp. Thema des Rechtstipps ist das Thema Urheberrecht. Und im Urheberrecht gab es die letzten Wochen und Monaten eine Änderung und die wird uns jetzt heute die Frau Dr. Fritz unter Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Fritz. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, es gibt oder gab jetzt Änderungen im Urheberrechtsgesetz, die sind ein bisschen untergegangen, könnten aber für die Unternehmen durchaus von Bedeutung sein. Okay, dann starten wir mal. Was bedeutet denn die Auskunftspflicht im Urheberrechtsgesetz gegenüber Urhebern genau? Also Rechteinhaber, sprich Nutzer, sind verpflichtet, einmal jährlich proaktiv Auskunft gegenüber Urhebern und ausübenden Künstlern zu erteilen. Und zwar in Textform und über die Erträge, Nutzungen und Vorteile, die sie halt durch die Verwendung von einem Werk gezogen haben. Peter, höre ich so ein bisschen raus. Wer ist betroffen? Das könnten tatsächlich die Unternehmen sein oder im Endeffekt diejenigen, die urheberrechtlich geschützte Werke nutzen. Genau. Also es sind vor allem diejenigen oder sind diejenigen, die endgeltliche Nutzungsrechte via Vertrag erhalten haben. Das heißt, das können Verlage sein, das können vor allem Produzenten sein, Tonträger, Hersteller, aber natürlich eben auch Unternehmen, die das beispielsweise für Merchandising-Artikel verwenden. Okay, und gibt es denn da Ausnahmen davon? Weil jetzt haben wir ja die ganzen Betroffenen und das war eigentlich eine sehr, sehr breite Masse kennengelernt. Die Ausnahmen, gibt es da welche? Und wer ist betroffen? Also es ist so, dass, wenn man im Gesetz da schon näher schaut, dass da ein paar Punkte ausgenommen wurden. Zum Beispiel eben für Computerprogramme, für Software, insbesondere in dem Bereich. Dann natürlich die unentgeltlichen Geschichten, Open Source, Creative Commons. Dann muss man keine Auskunft natürlich erteilen, wenn man beispielsweise von einem Lizenznehmer was erworben hat. Beispielsweise, ich habe Bilder gezogen von irgendeiner Stockplattform. Dann ist in der Ausnahme ferner noch enthalten, dass ich gesetzlich erlaubte Nutzungen, das ist auch frei, oder wenn das absolut unverhältnismäßig ist. Heißt aber nicht, dass ich jetzt, weil es einen gewissen Aufwand bedeutet, beispielsweise Personal etc., dass ich sagen kann, ah, das ist unverhältnismäßig. Sondern eben nur dann, wenn das zu dem Beitrag, also das heißt, ich gleich Beitrag und das, was der eventuell daraus bekommen kann, wenn das in keinem Verhältnis steht. Okay. Also es muss aufs Urheberrecht bezogen sein, alles andere zählt nicht. Genau. Richtig verstanden habe. Okay. Und seit wann gilt es denn? Das gilt doch schon, oder? Ja, es ist so, dass das neue Recht am 7.6.2022 in Kraft getreten ist. Aber dadurch, dass natürlich erstmals nach einem Jahr zu erteilen ist, wäre die Schonfrist am 7. Juni 2023 vorbei gewesen. Man kann allgemein sagen, immer wenn ich ein Werk in Benutzung nehme, nach spätestens einem Jahr sollte ich diese Auskunft erteilen. Wenn mal etwas ruht oder ich das schon lange nicht mehr genutzt habe, dann ruht es auch natürlich die Auskunftspflicht. Okay. Also wenn ich jetzt was längere Zeit nicht genutzt habe und mir fällt ein, Mensch, das nutze ich die nächsten vier Wochen, brauche ich das wieder? Ab da zählt dann die Frist. Genau. Okay. Gut. Und was passiert denn oder was kann denn passieren, wenn ich die Auskunft nicht erteile? Im Gesetz, wir wissen noch nicht, was genau alles passieren kann, aber im Gesetz steht drinnen, dass theoretisch eine Abmahnung möglich ist mit der Pflicht, dass man zur Unterlassung in Anspruch genommen werden kann. Das kann allerdings nur von Vereinigungen von Urhebern in Anspruch genommen werden. Es wird so sein, dass sich da wahrscheinlich auch was herausbildet. Und natürlich ist es so, dass wenn man halt binnen drei Monaten nach einer Anfrage nicht antwortet, dass auch der Lizenznehmer oder ein Rechte-Nachfolger angeschrieben werden kann. Und da muss man sich überlegen, ob man das vielleicht will. Gerade zum Beispiel Verlage, die jetzt nicht antworten und dann wird der Buchhändler angeschrieben. Ja, wir ist es. Ja, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Haben Sie denn Tipps für unsere Unternehmen, welche Maßnahmen denn zu ergreifen sind beziehungsweise ergriffen hätten würden? Ja, also ich würde dazu raten, am Anfang wirklich mal auszusehen, eine Dokumentation zu erstellen, eine Liste einfach mal, was habe ich in Benutzung? Habe ich dazu die entsprechenden Verträge vorliegen? Das ist mir in der Beratungspraxis sehr oft aufgefallen, dass bei den Unternehmen oftmals die Verträge, die zugrunde liegen, gar nicht da sind. Dann wäre es gut zu überprüfen, da liegt vielleicht eine Ausnahme vor und dann wäre es noch wichtig, die Mitarbeiter zu schulen. Das dürfen sie so verwenden, das so und so weiter und so fort. Einfach die Grenzen nochmal abzustecken, auch selber nochmal zu gucken. Und die absolute Kür wäre halt, wenn man in Verträge entsprechende Klauseln halt einbaut, wie beispielsweise, dass Lizenznehmer oder Rechtenachfolger verpflichtet sind, eben auch Auskunft dann an mich zu erteilen. Okay, also das gilt dann für Verträge, die abgeschlossen werden, also für die künftigen Verträge. Am besten, dass man da diese Klausel aufnimmt und die für die bestehenden einfach mal sammeln und aufräumen. Und Sie haben vorher gesagt, in Textform heißt, die gute alte Excel-Tabelle oder generell die gute Tabelle, hofft ihr da genügen oder gibt es da auch nochmal... Es wird mit Sicherheit so sein, dass sich auch hier wie in jedem anderen Bereich irgendwann mal eine Software herausarbeitet. Aber im Moment, das ist nicht anders machbar sein, als halt wahrscheinlich mit der Excel-Tabelle zu arbeiten. Herzlichen Dank, Frau Dr. Fritz. Das war unser heutiger Rechtstipp. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben.